Es gab auch eine lustige Situation, da sind wir im Vorhinein vor einer Besichtigung, als wir uns getroffen haben, fast exakt im gleichen Outfit erschienen, ohne es abzusprechen. Wir hatten auch exakt die gleichen Schuhe an zum Beispiel. Das war dann aber im Nachhinein bzw. im Laufe des Termins eher ein Eisbrecher für die Situation und hat das Ganze aufgelockert. Also wir sind Frank und Max, sind im Münchner Büro der LogiVest tätig für die Vermietung von Gewerbe- und Logistikimmobilien. In unserem Arbeitsalltag kann man sich so vorstellen, dass wir schon relativ viel on Tour sind und auch gerne on Tour sind, damit wir unsere Gebiete und auch die Vakanzen kennenlernen. Interessant und spannend ist für uns natürlich, dass wir in dieser Logistikimmobilienbranche sehr viel Fachwissen über die Flächen, die wir vom Markt mitbringen müssen, weil Kunden und Eigentümer normalerweise einen sehr, sehr genauen Plan davon haben, was sie suchen und für wann und wie lange sie suchen. Und deswegen müssen wir uns einfach gut auskennen mit den Sachen, die wir im Portfolio haben. Also ich glaube, da fehlt es vor allem, wenn man was Spezifischeres sucht, vor allem am Netzwerk und an der Informationslage. Wir wissen relativ gut, was wo in welchem Gebiet wann aktuell frei ist oder wann in nächster Zeit frei wird und kennen die Fläche und können dann im Vorhinein schon dem Kunden sagen, okay, das könnte für sie passen oder nicht. Und alle Leute, die bei der LogiVest gerne anfangen möchten oder Interesse an einem Job haben, können Frank und mich gerne auf LinkedIn und allen anderen sozialen Netzwerken kontaktieren. Wir sind da im Hafen.